Hallo! Wenn du auf dieses Video gedrückt hast, willst du wahrscheinlich die besten Witze hören. Deshalb habe ich in diesem Video die 5 erfolgreichsten Witze auf diesem Kanal zusammengefasst. Abonniere und like für weitere Videos und viel Spaß! Der kleine Timmy saß im Unterricht hinter einem Mädchen namens Leonie. Der Lehrer fragt die Klasse, wer die Erde erschaffen hat. Und der kleine Timmy stößt Leonie mit seinem angespitzten Bleistift in den Rücken. Und sie springt auf und sagt, mein Gott. Und der Lehrer sagt, ja Leonie, Gott hat es getan. Er erschaffe die Erde. Leonie setzt sich hin. Dann fragt die Lehrerin, wohin gehst du, nachdem du ein gutes Leben geführt hast? Der kleine Timmy stößt Leonie erneut an. Und sie springt auf und sagt, Himmel, zu Betsy. Und die Lehrerin sagt, ja Leonie, du wirst in den Himmel kommen, nachdem du gelebt hast. Leonie setzt sich hin und weiß genau, dass der kleine Timmy sie gestochen hat. Leonie warf dem kleinen Timmy einen wütenden Blick zu. Und sie drehte sich um. Und dann fragt die Lehrerin die Klasse, was Eva nach ihrem 50. Kind zu Adam gesagt hat. Und der kleine Timmy stößt Leonie mit dem Bleistift noch härter in den Rücken. Und sie springt auf, dreht sich um und sagt, Wenn du mir das Ding noch einmal reinsteckst, schwöre ich, dass ich ausraste. Ein Mann ruft seine Frau an, aber seine Tochter hebt ab. Der Vater fragt sie, wo ihre Mutter sei. Die Tochter antwortet, sie ist oben mit Onkel John. Er sagt, aber wir haben keine Verwandten namens John. Dann fragt er seine Tochter, was ihre Mutter oben mit Onkel John macht. Die Tochter antwortet, ich weiß es nicht, Papa. Er bittet seine Tochter, nach oben zu gehen, an die Tür zu klopfen. Und ihrer Mutter zu sagen, dass Papa vom Büro zurückgekehrt ist. Ein paar Momente später eilt die Tochter die Treppe hinunter, nimmt den Hörer ab und erzählt ihrem Vater, Als ich es ihr gesagt habe, rannte sie aus ihrem Zimmer, stolperte die Treppe hinunter und reagiert jetzt nicht mehr. Der Vater fragt, und was ist mit Onkel John? Die Tochter antwortet, Onkel John sprang aus dem Fenster in den Swimmingpool. Aber du hast den Pool vor zwei Tagen geleert. Ich denke, Onkel John ist gestorben, als er hineinsprang. Der Vater sagt, aber wir haben keinen Pool. Er sagt, ist dies die 5637? Das Mädchen antwortet, nein, es ist die 5638. Der Mann sagt, oh, tut mir leid, falsche Nummer. Schlaue Leute abonnieren und liken sofort. Ein Mädchen kam eines Tages fröhlich von der Schule nach Hause. Mama, Mama, rief sie. Wir haben heute gezählt. Und alle anderen Kinder konnten nur bis vier zählen. Aber ich konnte bis zehn zählen. Sieh mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sehr gut, sagte ihre Mutter. Liegt es daran, dass ich blond bin, Mama? Mama, ja, genau das ist es, weil du blond bist, antwortete ihre Mutter. Am nächsten Tag kam das Mädchen wieder fröhlich von der Schule nach Hause. Mama, Mama, rief sie erneut. Heute haben wir das Alphabet gesagt. Und alle anderen Kinder konnten es nur bis D sagen. Aber ich konnte es bis G sagen. A, B, C, D, E, F, G. Sehr gut, sagte ihre Mutter. Liegt es daran, dass ich blond bin, Mama? Ja, mein Schatz, es liegt daran, dass du blond bist, antwortete ihre Mutter. Am nächsten Tag kam das Mädchen wieder fröhlich von der Schule nach Hause. Mama, Mama, rief sie erneut. Heute hatten wir Sportunterricht. Und als wir geduscht haben, waren alle anderen Mädchen flach. Aber ich habe diese hier. Und sie hob ihr Top hoch und zeigte ihre 36C. Sehr gut, sagte ihre verlegene Mutter. Liegt es daran, dass ich blond bin, Mama? Nein, es liegt daran, dass du 25 bist. Ein verheiratetes Paar brachte ein Baby zur Welt. Das Baby wuchs zu einem 20 Monate alten Kind heran und sagte sein erstes Wort, das Oma war. Eine Stunde später stirbt die Oma traurigerweise. Das verheiratete Paar dachte, es sei ein Zufall und zuckte mit den Schultern. Tage vergehen und das Kind zeigt auf ihre Katze und sagt sein zweites Wort, das Katze ist. Augenblicke später stirbt ihre Katze. Jetzt verdächtigt das Paar, dass etwas mit diesem Kind nicht stimmt. Ein paar Tage vergehen und das Kind sagt sein drittes Wort, das Opa ist. Eine Stunde später erreicht die Familie die Nachricht, dass der Opa trotz seiner 60 Jahre und seiner guten Gesundheit verstorben ist. Das Paar ist nun verwirrt und hat bestätigt, dass der Name jeder Person, den es äußert, bedeutet, dass diese Person stirbt. Tage vergehen und das Kind sagt Papa. Der Vater, nun sehr besorgt, ruft seine Geschwister an, um ihnen zu sagen, wie sehr er sie liebt. Und verbringt dann seine restliche Zeit mit seiner geliebten Frau, bevor sein Ende nackt. Eine Stunde vergeht und ihr Nachbar Uwe stirbt. Klein Johnny und Jenny sind erst 10 Jahre alt, aber sie wissen einfach, dass sie verliebt sind. Eines Tages entscheiden sie, dass sie heiraten wollen. Also geht Johnny zu Jennys Vater, um ihn um ihre Hand zu bitten. Johnny geht mutig auf ihn zu und sagt, Herr Schmidt, Jenny und ich sind verliebt und ich möchte sie um ihre Hand in der Ehe bitten. In dem Glauben, dass dies das niedlichste sei, antwortet Herr Schmidt. Nun Johnny, du bist erst 10, wo werdet ihr beide leben? Ohne auch nur einen Moment darüber nachzudenken, antwortet Johnny, in Jennys Zimmer. Es ist größer als meins und wir passen beide gut rein. Immer noch denkend, dass dies einfach bezaubernd ist, sagt Herr Schmidt mit einem großen Grinsen. Okay, wie werdet ihr leben? Du bist noch nicht alt genug für einen Job. Du musst Jenny unterstützen. Wieder antwortet Johnny sofort. Unser Taschengeld. Jenny bekommt 5 Euro pro Woche und ich bekomme 10 Euro pro Woche. Das sind etwa 60 Euro im Monat und das sollte uns gut reichen. Inzwischen ist Herr Schmidt ein wenig schockiert, dass Johnny so viel darüber nachgedacht hat. Also denkt er einen Moment nach, um etwas zu finden, worauf Johnny keine Antwort haben wird. Nach einer Sekunde sagt Herr Schmidt. Nun Johnny, es scheint, als hättest du alles perfekt durchdacht. Ich habe nur noch eine Frage für dich. Was würdet ihr tun, wenn ihr eigene Kinder haben wollen würdet? Johnny zuckt mit den Schultern und sagt, nun, bisher hatten wir Glück.